Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Until Down. Ja Leute, wir sind jetzt in der 13. Folge und ja Leute, wir sind da stehen geblieben, wo der Psycho ja die Zeit entführt hat, Chris und Ashley. Und da machen wir jetzt weiter, ähm, ja, let's go. Hä? Leute, es hat nicht mal gespeichert. Hier, hier habe ich schon gespielt. LOL. Hey, ich schwöre ich auf deinem Spiel, aber egal. Ja, das ist ein Stief, das ist so, keine Ahnung, so eine Puppe. Ja. Der sieht jetzt aus. Die Scheiße. Schmetterling, Kutilisierung. Chris und Ashley fanden, ja. Das hat einfach nicht gespeichert, hä? Ja, nein, das ist ich auch. Ach, wie so ist sie wie Sam angezogen? Keine Ahnung. Warum zieht jemand eine Puppe an wie Sam? Chris, ich weiß nicht und ich drehe gleich durch. Wo zum Teufel ist Sam? Es ist verrückt, es ist verrückt. auch das ist so. Alter, wie laut ist das denn? Oh, oh, oh shit. Ah, oh shit. Ah, geh weg. Bleib mir gefällig von, lach. nein 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 webber alter halt so gesehen so richtig gegeben der genau hier siehre stehen so wie sieht die denn aus oha ich mach den wichser so was von fertig Boah, hat Bord hier den dummen Fleck einfach. Das ist der Typ, der Josh unterbrach. Oh Gott, nein! Du perversichst, du Scheiße! Oh, zieh dich um, wir werden sterben, Chris! Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen... Es ist so unfair. Was? Mir was sagen. Es ist zu spät, Chris. Hör auf! Sag's! Wir reden immer drumherum. Und jetzt? Ich wein! Wir haben so viel Zeit verschwendet! Ja... Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Das passt echt süß zu sein. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris! Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen... Oh mein Gott, Alter! Oh nein! Ach, Scheiße! Ich hole dich raus! Ich lass dich hier nicht sterben! Oh, hallo! Meine kleinen Versuchskaninchen! Oh, Scheiße! Oh, wie arg! Chris! Ja, glaube ich die, ja. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clue. Obwohl, er aus ist denn gedrückt. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung bekommen. Und die nächste pappert schon offen. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Oh, hallo, Gott! Wenn du nicht bleibst, darf fliehen. Oh mein Gott! Scheiße! 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 Alles kann ich nicht! Warte! Halt! Nein, 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 nein! Fuck! Das wollte ich nicht! Lass mich schon mal hier retten! Oh, fuck! Scheiße! Lass mich dieses Mal entscheiden! Lass mich dieses Mal nicht retten! Wenn ich noch eins in meinem Leben tun kann, lass mich das tun! Chris, bitte! Oh, 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 Gott! Oh nein! Oh, fuck! Nein! Scheiße! Alles ist schwer! Ja! Aber was sollen wir nix tun? Aber was passiert, wenn wir nix tun? Ich tue jetzt einmal mein nix! Oh Gott, komm! Wollern, bitte! Scheiße! Ich tue einfach nix! Ich tue... Ich tue nix! Oh mein Gott! Was ist ein Futter? Wie tut der Freund? Schmeckt links der... ...psychischel-Kampf. Chris hat nicht auf Ashley geschossen. Okay. Nein! Nein! Eschack! Oh nein, was ist... Oh, scheiße! Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser... ...Folter-Porno... ...zu weit gegangen ist? Oh, die arbeiten zusammen! Lol! Also, was gibt dir das Recht hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Lol, die leben noch! Die leben noch! Die leben noch! Lol, die leben! Ja, Mann! Oh! Das war echt... Das war echt gut! Nice! Du bist krank! Ein krankes Schwalm! Also, was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Wer bist du, Alter? Psychopath! Aber die Maske ist aber echt kuselig! Was bisher geschah bei Antelda... Alt! Das ist die Maske, Digga! Wow, das ist schräg! Was ist das eigentlich mit Sam? Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Hab ich mich erschrocken, Alter! Wie der einfach kommt... Schon wieder! Oh Gott! Chris! Nur du entscheidest! Boah, du hab ich mich schon wieder erschrocken, ey! Mein Fresse! So Glück! Wir brauchen Hilfe, bitte! Ja, Mett, Digga! Oh Mann, ey! Scheiße! Ich bin echt sauer, Mann! Mann, ey! Wie das einfach gestorben ist, gibt's so nicht, ne? Ja... Da sieht man wieder stirb, Digga! Ja... Aber was war das für ein Ding, Alter! Dude, das war voll ein Monster! Shit! 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 Was war das mit dem jetzt? Sieben Gewalt! Ich weiß nicht, es ist eine Autorisierung... Chris und Ashley sagen... Sam erkundet die Werkstatt des Prisch... Oha, wir erkunden jetzt von dem Syrscher den... Oha, wie geil! Okay... Aber gut, dass wir entkommen sind, man... Das ist echt... Washington Lodge Keller... Okay... Ich bin nicht alt, Alter! Ich weiß nicht, es ist im Keller, ne? Im Keller ist immer so viel... Alter, wo bin ich denn? What the fuck... Okay... Okay, jetzt... Hier, erkunden... Okay, wir erkunden jetzt hier mal... Oha, da leuchtet schon mal was... Das kann mal Perspektive, ne? Die... Das sind so schlimm... Was ist das jetzt? Joshua Washington abschließt der Psycho... Oha, muss ich das Ganze jetzt lesen? Ah, ich will nicht gar nicht lesen, ne? Ich bin jetzt nicht faul, aber... Okay... So... Ist hier noch was? Ah, hier ist echt noch was... Lol, Handy... Doktor Hill... Hi, Josh... Ich bin Alan... Die... Hoffentlich nix aus, dass ich dir schreibe... Aber er ist wichtig... Es ist wichtig... Ich habe eine E-Mail erhalten... Ich glaube nicht, dass der Plan dir helfen wird... Du musst mit... Ok, Doktor Hill... Bitte geh ans Telefon... Ich mache mir langsam Sorgen... Josh... Lassen Sie mich in Ruhe... Nimmst du deine Medikamente noch? Mir geht's gut... Es ist sehr gefährlich, die Medikamente mitten in der Therapie abzusetzen... Josh... Ruf meine Praxis an... Und ja... Mach einen Termin bitte... Josh... Antworte bitte... Oh Gott... Also ist das George Handy oder was? Ja, wahrscheinlich schon... Oha... Alter... Erinnerungsfotos... Eine Tafel voller Bilder und Andenken an Henna und Beth... Wer das gemacht hat, scheint von den Zwingen besessen zu sein... Oha... Also... Ok, aber da war eine Aktualisierung... Ja... Hier... Ein Katalog für Update... Dieser Birne passt in den Projektor, der in dem alten Hotel gefunden wurde... Ein Hotel... Gruselig... Hä? Keine Ahnung... Ist jetzt noch was oder... Kann ich da nicht laufen? Ne, kann ich nicht... Ok, dann gehen wir hier weiter... Geht's hier... Ne... Geht's hier da weiter... Was ist das für Geräusche, Digga... Was... Was... Die... 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 Die Zauneffekte ficken mich wirklich... Geht's hier weiter... Ne... Ok... Oh mein Gott... Oha... Oha... Alter... Der Psychopath... Tschüss... Alter... Was ist das jetzt... Ah... Hallo... Und danke, dass ihr alle hier seid... Heute... Führen wir ein kleines Experiment durch... Also sagt der Kat der Psycho... Hallo... Hallo Kinder... Nein... Das passt nicht... Willkommen, Peter... Du Scheiter... Niemals... Klingt wie der Psychopath, der seine Rede probt... Aber plötzlich fällt der... Stimmverzerrer aus und macht... Man hört ihn an... Das ist einfach George... Leute, das ist George... Ne... Man hat ja gehört... Erst probte er das mit der Psycho-Stimme... Und dann brug eine andere Stimme... Und es klangte wie George's Stimme... Niemals... Warte mal... Hier gibt es so viele Wege, ne... Ich gehe erst mal da... Ne, warte, hä... Da sind doch Äsche und Dinge reingekommen, ne... Ja, ja... Jetzt geht mal rein... Ja, ja, die waren hier, ja... Ah, da ist die Kamera... Videokamera... Eine Videokamera auf einem Stativ... Die auf einen Stuhl gerichtet ist... Der Psychopath damit aufnimmt... Von dem was... Hier... Vor sich geht... Oha, Digga... Okay... Alter, das ist so... Das sind einfach ihre Kleider, ne... Das sind einfach ihre Kleider, Mann... Das sind... Das... Das... Gibt doch, ey... Das ist so eine Kack, Mann... Oh mein Gott, Alter... Oh mein Gott, Mike... Mike, was machst du da unten? Da ist ein... Oh mein Gott, sei Dank... Oh mein Gott, hast du mich erschrocken, du... Ach... Geht's dir gut? Oh mein Gott, Digga... Wo ist Jess... Wie mich schon... I must besock... Wo ich... Ich muss... Ja... Ja... Ich muss schon fragen... Wo ist Jessica? Ist sie nicht bei dir? Jessica ist tot... Was? Er mordet Sam... Hier oben läuft ein Irre herum, der uns umbringen will... Uns alle... Und ich schwöre bei Gott... Wenn alle wieder in Sicherheit sind... Werde ich diesen Wichser jagen und ihm die Eier abreißen... Und zwar jedes Einzelne... Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst... Er hat mich angegriffen... Er hat mir auch Videos gezeigt... In einem davon wurde Josh ermordet... Er... Wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß Sägeblatt... Scheiße... Ich glaube, er lebt hier unten... Und wer auch immer dieser Verrückte ist... Es ist Essen von Hannah und Beth... Mein Gott... Was für ein kranker Scheiß Film ist das denn hier? Hier ist seine Tür... Sie geht nicht auf... Kannst du sie von da aufmachen? Vielleicht... Ja, mach ich schon natürlich... Status Update... Finde mal... Jetzt bereit... Was war noch? Jess... Ja, also... Jess und Matthew... Ja jetzt... Ist jetzt tot... Ashley auch... Äh... Ja, die drei Toten... Das ist so... Es sind nur noch... Vier am Leben... Oder? Doch... Vier sind noch am Leben... Alter, wie wenigst... Oha... Ich sagte noch... Ja, ich schaff' alle zum Retten... Und Bock, rette ich alle... Vier sind schon tot... Das gibt's doch nicht, ne? Das gibt's doch nicht, ne? Alter, das ist doch kacke, man... Alter... Alle fast tot, man... Das gibt's doch nicht... Ja, komm rein... Hey... Boah... Alter... 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 Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psycho-Keller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du machen, Mike? Oh, äh... Du wär' wieder einfach sehen will, Alter... 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 Tschüschnende Leggings, Alter... Ohidad, Oha... Ohlda, Oha... OK... Masha'allah... Tschüs, Alter... Dann lass'n es doch... ... jetzt einfach Leggings an, Alter... ...was war das? Oh mein Gott! ...ist das... ...weil? Komm, entr'! Das war! Oh mein Gott. Ja, wir leben noch, Alter. Wie geil. Nein, nein, nein! Geh weg! Wie laut, Alter. War das laut? Oh, Chris. War das laut, Digga. Oh, Chris, 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 Chris. Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Niemals. Halt die Fresse. Niemals. Oh mein Gott. Ja, Leute, was hier passiert, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also, ich bin so schockiert. Ich glaube, das ging jetzt nur 15 Minuten. Aber, oh mein Gott. Da war einfach... Der Psychopath ist einfach Josh. Es ist einfach Josh. Ich glaube es nicht. Einfach Josh, Alter. Was ist das? Oh mein Gott. Also, das ist... Alter. Aber ich wusste es auch. Weil bei der Kassette da war ja... Hat er seine Stimme ja verändert. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Aber ja, Leute. Wir enden diesen Part hier. Und nächste Folge werden wir mit Emily. Die lebt einfach, Alter. Ich dachte, die wäre tot. Toi, es ist aber Matt tot. Scheiße, was Theo denkt. Ja, Leute. Ich denke, ich habe es nicht versucht zu retten. Aber Matt ist tot. Das gibt's doch nicht. Ja, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte ein Like und ein Abo da. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. 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 Vielen Dank.